Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man einen Ballon mit Helium füllen und somit natürlich auch mehrere Luftballons auf einmal hintereinander mit einer Gasflasche richtig befüllen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mir mal eine Helium-Gasflasche zugelegt, welche laut Hersteller für ca. 30 Luftballons reichen sollte. Natürlich, desto größer die Luftballons werden, desto weniger Luftballons haben wir am Ende natürlich auch mit Helium gefüllt. Und wichtig ist auch noch, dass unsere Ballons auf jeden Fall für Helium geeignet sein müssen. Bedeutet, normalerweise sind das dann auch Latexballons. Zwecks Schwebezeit schreibt der Hersteller hier oben auch nochmal, je nach Größe, ca. 10 Stunden. Und man sollte auch darauf achten, dass man diese auf jeden Fall kurz vor dem Event befüllt, also ca. 1-2 Stunden davor. Die Flasche habe ich schon mal ausgepackt und jetzt müssen wir zuerst mal hier diese schwarze Schutzkappe noch von unserem Gewinde runterbringen. Diese normalerweise einfach abziehen und falls es etwas schwerer gehen sollte, können wir natürlich auch eine Zange zur Hilfe nehmen. Danach nehmen wir mal noch unseren Adapter in die Hand und diesen können wir jetzt nämlich ganz einfach einmal im Uhrzeigersinn schon aufdrehen. Normalerweise reicht hier auch vollkommen aus, wenn ich es handfest anziehe. Im nächsten Schritt können wir hier oben unser Ventil mal komplett gegen den Uhrzeigersinn öffnen. Und hierbei ist aber wichtig, dass wir jetzt auf gar keinen Fall irgendwie an unseren schwarzen Adapter hinkommen sollten. Denn dieser lässt jetzt normalerweise auch kein Helium durch, außer wir knicken ihn in eine beliebige Richtung. Dann öffnet sich automatisch hier drin nämlich dieses Ventil und lässt das Helium aus der Flasche in den Luftballon reinströmen. Ich persönlich mache meinen Luftballon hier vorne immer mit meinen zwei Händen noch etwas weiter auf. Dann kriege ich ihn auch schön auf den Adapter drauf. Und wie gesagt, jetzt hier hinten einfach mal noch ordentlich festhalten, dass da natürlich auch kein Helium rauskommen kann und der Luftballon auf jeden Fall am Adapter drauf bleibt. Und dann gebe ich den Adapter einfach mal etwas zum Beispiel nach unten und wir können sehen, dass auch schon automatisch das Helium hier hineinstimmt. Und wenn wir nicht mehr weitermachen möchten, dann einfach den Adapter wieder gerade lassen und wir können einmal unseren Luftballon hier ganz einfach runterziehen. Die optimale Größe für die richtige Flugzeuge ist übrigens so eine Art Eierform und danach können wir auch schon ganz einfach einen Knoten hier unten rein machen. Und somit haben wir unseren ersten Luftballon nämlich auch schon richtig aufgeblasen und können diesen ganz einfach steigen lassen. Wenn wir übrigens mehrere Luftballons auf einmal mit Helium befüllen möchten, dann kann es einfach nach einigen Ballons der Fall sein, dass unsere Gasflasche ähnlich wie eine Deodose relativ kalt wird. Das liegt an der Dekomprimierung von dem Gas und dann gelangt das Helium auch nicht mehr optimal in unsere Luftballons rein. Dann sollten wir diese einfach mal etwas stehen lassen, dass sie wieder Raumtemperatur annimmt und wir können natürlich danach einfach weitermachen. Und somit haben wir jetzt auch Luftballons schon richtig mit Helium befüllt. Wenn du dir für zu Hause Luftballons zulegen möchtest, welche für Helium geeignet sind oder auch gleich so eine Gasflasche hier, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.